Sonnige Grüße von der Playa de Palma. Heute ist Samstag, der 15. Oktober. 16.37 Uhr und wir haben 26 Grad. Den ganzen Tag über kommen Wolken am Himmel. Perfektes Wetter. Und das soll auch die nächsten Tage noch so bleiben. Regen ist erstmal keiner in Sicht. Ich bin gerade am Balneario 3 vorbeigegangen und bin auf dem Weg zum Megapark. Da gucke ich mir gleich den Auftritt von Matze Knoop an. Heute Abend bin ich danach noch mit dem Bierkönig um 20 Uhr bei Unnormal Band. Und dann mal schauen. Aber jetzt gehen wir erstmal in den Megapark. Die Playa ist aktuell ganz gut gefüllt durch das Wochenende. Wochenendtourismus. Bierkönig war gestern sehr voll. Dafür war die Bierstraße sehr leer. Und im Megapark war auch gute Stimmung oben. Unten war nicht ganz so voll wie sonst, aber war noch in Ordnung. Heute ist Samstag und darf auch da nochmal richtig voll werden überall. Bevor es dann ab morgen Sonntag wieder abnimmt und Jugologe nach Hause fliegen. Und dann haben wir in zwei Wochen schon das Closing. Auch die Nächte sind noch warm. Gestern Abend um 22 Uhr noch 23 Grad. Langene Hose braucht man aktuell keine. Auch nicht, wenn man um 3 Uhr nach Hause geht. olisselộc. Schöne�� erưỡAbte Filme. Hüt Row. Oh Gott. Für alle, die gerade das erste Mal zusehen, abonniert meinen Kanal. Dann bekommt ihr täglich Videos von der Playa. Auch im Winter bin ich hier. Im November bin ich zwei Wochen in Köln, aber danach, durchgehend zur Weltmeisterschaft, Weihnachten, Neujahr, werde ich hier in Saragond Videos für euch machen. Und der Plan ist auch, den Rest der Insel ein bisschen zu erkunden. Habe ich im Winter ein bisschen Zeit für. Im Sommer geht es ja eher um die Playa. Also wie gesagt, Kanal abonnieren, Blog aktivieren. Und ihr könnt mir auch bei Instagram folgen, Playa Holika. Da kommen wir auch noch ein paar kleine Storys. Ja geil nicht, aber bei Infos kommen wir da schon. Ja geil nicht. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020